Yo, Sers, Leute. Jetzt geht's weiter mit Brothers, A Tale of Two Sins. Sins? Sons. Sins wäre was anderes. Seit dem ersten Part ist jetzt eine Stunde ungefähr vergangen für mich. Es ist jetzt 4.15 Uhr, also doch schon ein bisschen später, weil ich hab die ganze Zeit versucht, aus dem ersten Part, weil ich dachte zuerst, ich hätte mein Mikrofon nicht aufgenommen. Dann hab ich da mal nachgeguckt. Das ist alles tipptopp und dann hab ich meinen Mix der Woche bei Spotify gesehen und mussten wir den noch anhören und dann hat die Zeit sich ein bisschen verzögert. Na, guck mal da. Da ist der Vogel weg. Auf jeden Fall geht's weiter. Er kann hier nichts mehr machen. Können die sich setzen? Ist schon... Sieht schon fresh aus, so. Die Windmühlen, auch wenn es wahrscheinlich genau exakt die gleichen sind, von der Textur her, so. Sehen auch schon ziemlich cool aus. Kann... Kann er da irgendwie gucken? Haha, wie cool. Das Schaf. Hat reagiert, glaub ich. Ähm... Ich kann mir was mit dem Großen machen. Da! Er kann nur da sagen. Und er? Er kann da nichts machen. Ah, lol. Guck mal eine an. Achso. Ja gut, das macht natürlich Sinn. Hol mir mal ein Schaf. So, ein Schaf sollte genügen. Mal gucken, für was wir das brauchen. Da können wir auf jeden Fall hoch. Hallo. Kennen die sich? Oder... Ne, er ist nicht so erfreut. Der Junge ist so ein richtig kleiner Pisser, ey. Ohne Witz. Was macht der alte Mann? Äh, der junge Bruder. Der alte Bruder. Ah, okay. In die Richtung. Also, bei den Schafen... Bin mal gespannt, was sie mit denen machen können. Was? Warte, was? Äh, achso. Hier. Den Weißnasen schreppen wir uns einfach mal. Kann der da hoch mit denen? Was können wir mit dem Hasen machen? Nix anscheinend. Ich weiß es nicht. Vielleicht können wir echt noch was mit denen machen. Oder vielleicht ist es nur generell wieder so ein Ding, dass wir mit allem interagieren können. Aber ob das Schaf... Ähm... Es ist echt schon spät. Ich sollte eigentlich nicht aufnehmen. Aber ich war noch nicht am Speicherpunkt. Sonst hätte ich wahrscheinlich echt Pause, ne? Ah, er streichelt die... Die Schafel. Ich glaube, es bringt generell... Warte mal. Kann ich das Schaf da reinstellen? Oder es läuft dann? Ja, geil. Alter, jetzt muss ich mich schon wieder an die Steuerung gewöhnen. Aber easy... Das Rätsel geschafft, ohne es, äh... Wirklich zu forsten. Das ist einfach von selbst passiert. So, was sind wir jetzt? Wie sieht's da aus? Da können wir nicht runter. Ich denke, einfach da hochgehen. Ganz easy. Und jetzt an der Seite sneaken. Das geht's natürlich auch in jedem Spiel, oder? Da unten ist der Hund, den wir vorhin ausgetrickst haben. Der checkt gar nichts mehr. Richtig Uncharted-like gerade. Wir hier in den Wänden rumkrabbeln. Was ist das für ein Sound? Holy shit. Das ist ein Troll, der weint. Der Arme. Hallo, Mr. Troll. Ach, wie süß. Da oben. Kommt. So stelle ich mir den Typen vor. Ungefähr. Da ist ein Topf, mit dem will ich interagieren. Klopf, klopf. Kann ich da mit dem Bett was machen? Oder die Hinten? Weil ich denke so, vielleicht kann man ja sowas irgendwie... Irgendwie noch so... So ein Easter Egg entdecken, oder so. Wenn man alles ausprobiert. Brauche ich wahrscheinlich ein bisschen länger. Da kann ich nicht hoch. So. Ah, da ist der Typ. Ja, gut. Hui. Ja. Jawohl. Ich würde ihm gerne Danke sagen. Ach so. Er kommt noch weiter mit. Das ist halt auch wieder so ein nices Bild. Da oben ist irgendwie so ein... So ein Höhleneingang. Vielleicht kommen wir da später noch hin. Mal gucken. Bin ich gespannt. Jetzt so mit dem Troll hier noch runterwegs. Ach, der will uns wieder grabben. Ah, okay. Ach so. Ich muss erst weghüpfen. So. So. Hier klettern wir mal dem Troll seinem Haus lang. Kommt der jetzt noch weiter mit, oder? Chilt der da so sein Leben, denke ich so. Yo, ich bin Troll. Mein Leben ist geil. Obwohl es nicht so geil ist. Er hat vorhin ja geweint. Warum auch immer, haben wir nicht erfahren, leider. Mit dem Troll gerne beiseite gestanden. Er gönnt sich richtig so. Sein Movement Speed ist halt insane. 200 Stundenkilometer hat er drauf, wenn es ums Berge klettern geht. Und was macht er jetzt? Er ist halt so der freundlichste Dude, den es so gibt. Gerade eben hat er noch übelste Probleme gehabt. Mit sich selbst. Aber das juckt ihn gar nicht. Der hilft uns einfach trotzdem. So ein richtig netter Dude einfach. Der hat noch... Da soll noch mal einer sagen, dass Trolle alle böse sind. Oder gefährlich oder so. Der Troll hier ist einfach der übelste Maid. Im Gegensatz zu Philipp. Der so der übelste Anti-Maid ist, falls ihr das noch nicht wusstet. Jetzt wisst ihr es. Philipp von den Pot Dogs. Ist der übelste Anti-Maid. Habe ich erzählt bekommen natürlich. Von dem guten Philipp. Äh, von dem guten Daniel. Deswegen belieb ich das einfach mal. Teamspiele sind ja eh nicht so sein Ding. Deswegen spielen wir auch beispielsweise kein Rainbow Six Siege. Deswegen bekommt ja mal hier die Hintergrundinformation. Am Rante erzählt. Während der Troll da selbst noch am hochglitten ist. Und er wirft uns wahrscheinlich jetzt irgendwie wieder darüber. Ich bin gespannt. Ich drehe mal die Kamera ein bisschen. Na, geht auch nicht wirklich. Schade. So, Troll. Beeil dich mal. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Zack. Hauptsache, ich kann mich mit ihm direkt dranhängen, weil er halt leichter ist und deswegen weiterfliegt. Yo. Aber es wäre sogar irgendwie noch cool. Keine Ahnung. Oh, scheiße. Wenn, ähm, wenn es so ein Feature gäbe, dass wenn man zum Beispiel Spiele aufnimmt und es vibriert, der Controller vibriert, so. So, dass, dass man das quasi irgendwie in Videoform, also das, keine Ahnung, wie man das ausdrücken soll. Aber wenn, wenn es irgendwie möglich wäre, dass ihr dieses Vibrieren, was gerade da war, auch mitbekommt. Und, was weiß ich, durch welche Form, vielleicht, dass eure Maus vibriert oder so. Das wäre eigentlich cool, so. Das würde das Ganze nochmal ein bisschen, ups, intenser machen. Ich wollte eigentlich gerade hochspringen. Dann halt nochmal. Ist der Troll jetzt tot? Wir sind gerade nicht gestorben. Es war alles nur ein Missverständnis. Der Troll ist kurz hinterher gesprungen, hat uns gesaved. Hat uns wieder zurück zur Stelle gestellt. Jetzt geht es schon weiter. Jetzt bin ich mal gespannt, was er hier machen will. Okay, wir würden es jetzt direkt beide grabben. Und jetzt rastet er halt komplett aus. Nimmt seine erste, seine erste Bart seit two decades oder so. Alles klar. Ach, natürlich. Wir müssen wieder schwimmen. Ach, der kann ja nicht schwimmen. Ja, komm. Kleiner Bruder. Das ist ein Vogel, oder? Nee. War nur ein Stein. Kann man mal verwechseln. Passt der überhaupt durch, der Fettsack? Ist er jetzt noch da, oder? Ich glaube, wir sind wieder alleine. Der Troll hat sich verabschiedet. Wir nicht. Weil wir anscheinend nicht so die dankbaren Dudes sind, aber naja, was soll man machen? Vielleicht sehen wir ihn später hier wieder. Dann können wir uns im Nachhinein nochmal bedanken. Ah, da war ja was, genau. So. Ne, da kommt er eh nicht mehr durch, der Troll. Außer geht er richtig enrage und reißt immer die Türen ab. Ich hab echt Angst davor, falls die irgendwie kämpfen müssen und ich damit dieser Steuerung da klarkommen muss. Ähm. I understand, aber was ist das hier für ein Gebilde? Einfach. So ein riesiges Zahnrad. Allgemeinrad. Was auch immer. Keine Ahnung, was ich dich nennen soll, weil das halt so... Es war kein Zahnrad, aber es hat quasi das gleiche gemacht wie ein Zahnrad. Deswegen bin ich gespannt, wo wir hier sind und was was wir hier für Gestalten begegnen werden. Das sind Zahnräder hier. Hier war gerade dieses äh war eben auch ähm wahrscheinlich war das schon öfter mir ist jetzt eben gerade zum ersten Mal aufgefallen dieses Speichersymbol. Wenn ich jetzt quasi das Spiel ausmachen würde, wäre ich dann an der gleichen Position wo wo gerade dieses Ding war oder ist es immer nur bei diesen Zwischensequenzen? Also ich gehe davon mal aus, dass es ähm okay, was ist hier los? Ähm dass ich dann einfach an dieser Stelle weiterspielen kann aber das weiß ich noch nicht ganz. Das coole das coolste finde ich immer noch ähm entweder Spiele die dir klar zeigen dass gerade gespeichert wurde oder bei denen man halt einfach noch selbst speichern kann. Also es gibt ja Spiele bei denen kann man beides machen ich glaube das wäre nicht so die schlaue Idee wenn ich da rüber gehen würde vor allem weil der nicht schwimmen kann ähm aber es gibt ja Spiele wo man selbst speichern kann und die automatisch speichern das finde ich das Beste eigentlich. Ich speichere zwar eh immer nochmal sicherheitshalber selbst dass ich die komplette Sicherheit habe sowas aber ja 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 Vielen Dank.